Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Schwachköpfe, wo man nur hinsieht, anzunehmen bei Dr. Sintar Malevius, in der Drachenröde, an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5, ich bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in VLK Classic. Nun muss man eine längere Strecke zurücklegen, die dauert auch lang, wenn man fliegen kann, so wie ich hier. Deshalb werde ich jetzt eine kurze Aufzeichnungsunterbrechung machen und mich wieder bei euch melden, sobald ich in der Nähe des Zielpunkts bin und euch natürlich beschreiben, wie ich da hingekommen bin. Also, nicht wegschalten. Euch wird geholfen. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Also, aufgepasst. Ungefähr an dieser Position, glaube ich, hier habe ich mich von euch verabschiedet. Also müsst ihr einfach von Ackmar Samar diesen Weg entlang laufen. Hier durch diese Drachenröde gehen entlang. Hier könnt ihr einfach vorbeilaufen und dann zu diesem Anfang von diesem Weg begeben. Dann seid ihr an der Position, wo ich bin. Und nun zeige ich euch, wie es weitergeht. Nun haben wir es nicht mehr weit. Und schon sieht man auf der Minimap das Fragezeichen. Jo, wir müssen jetzt in dieses Haussee hinein. So, Quest ist abzugeben bei Oberstar Seuchenfürst Middleton in der Drachenröde an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte zu einem Abonniertknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht habt ihr ja Lust, da vorbeizuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und FillerFolk. Ciao!